in Nanosekunden. Das Hauptproblem aus meiner Sicht unseres Finanzsystems ist darin begründet, dass ich, wir haben kein Geldproblem, kein Schuldenproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. All den Schulden auf der Welt, und da haben Sie vollkommen recht, die Schulden sind unbezahlbar geworden, die waren eh nie bezahlbar, wer sagt, Schulden kann man zurückzahlen, das ist in unserem System nun mal nicht möglich. Wir haben ein Schuldgeldsystem, in dem Geld ausschließlich durch Kreditaufnahme entsteht. Das heißt, allen Schulden auf der Welt stehen genau so viele Guthaben gegenüber, eins zu eins wie im Spiegel. Das ist ausgeglichen, muss man sagen, ist doch alles prima, aber das Problem besteht in der Ungleichverteilung. Sie haben den Armutsbericht angesprochen, genau das ist es, das ist unser Problem, die Verteilung von Schulden und Guthaben. Wir haben in Deutschland 5 Billionen Geldvermögen der privaten Haushalte, über 10 Billionen Gesamtnettovermögen der privaten Haushalte, da Immobilien und so weiter mit reingerechnet, das ist eine Menge Zeug. Aber das Problem ist, dass das extrem ungleich verteilt ist. Die reichsten 10 Prozent besitzen mehr als 50, andere sagen über 70 Prozent dieses Vermögens. Und die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat von diesem Geld nichts, weniger als 1 Prozent. Aber die müssen trotzdem die Schulden und die müssen trotzdem die Zinsen für die anderen erwirtschaften. Warum? Weil es für Sie als Bürger überhaupt keine Rolle spielt, wo im System die Schulden liegen. Sie zahlen es immer. Ihre eigenen Schulden, genau, Ihre eigenen Schulden zahlen Sie natürlich, ist klar, die Zinsen müssen Sie tragen. Die Schulden des Staates zahlen Sie über Ihre Steuern und die Schulden der Industrie, die zahlen Sie an der Ladentheke, weil natürlich der, der diese Flasche Wasser hergestellt hat und dafür vielleicht Kredite aufgenommen hat, die Zinskosten aufs Produkt umrechnet. Also für Sie spielt es gar keine Rolle, wo im System die Schulden liegen. Sie zahlen es immer. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, Kreuz war es, der mal durchgerechnet hat und sagte, dass in den 50er Jahren, ich habe die Zahlen nicht verifiziert, wenn jemand andere hat, bitte korrigieren, aber das ist mein Kenntnisstand, dass in den 50er Jahren ein durchschnittlicher Haushalt etwa 10 Prozent seines Einkommens für die Zinslast im gesamten System aufgebracht hat. Heute sind wir jenseits der 40 Prozent. Das heißt, wirkt Bill, also so sind die Zahlen von Kreuz, also, wie gesagt. Ich nehme die einfach mal hin, weil ich Ihnen sehr schätze und glaube, dass er da sauber gerechnet hat. Also, ich hatte nicht die Zeit, es durchzukalkulieren und ich weiß nicht, ob es überhaupt könnte. Von daher, ich nehme die Zahlen mal gerne an, solange sie keiner widerlegt und sagt, das ist Quatsch. Also, diese Zinslast kann keiner mehr tragen. Das führt dazu, dass die Leute mit zwei Jobs rumlaufen müssen, um ihre Familie satt zu kriegen. Das führt dazu, dass der Staat immer mehr seine Leistungen kürzen muss. Wir haben kein Problem mit Schulden oder mit zu viel Geld, nur das Verteilungsproblem ist da. Und da kommen wir an das Thema der Umverteilung. Ich kenne jetzt Ihre These im Detail noch nicht, ich freue mich im Laufe des Abends darüber noch zu hören, aber genau das ist der Punkt. Wir sind, und das meine ich eigentlich mit, es muss immer neu aufgesetzt werden, das klingt so nach Reset, nach wir drücken jetzt den Knopf, so einfach ist es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt genau das Gegenteil machen von dem, was hier passiert ist. Wir müssen Schulden und Guthaben, zumindest einen deutlichen Teil davon, wieder neutralisieren gegeneinander. Und das gibt verschiedene Varianten. Das können Sie, und alle sind auf dem Tisch, das können Sie machen wie in Griechenland. Harten Schuldenschnitt. Griechenland sagt heute, wir schneiden heute einfach ein Stück der Schulden ab, die vernichten wir. Und gleichzeitig habe ich genau die gleiche Menge an Guthaben vernichtet, bei denen die Ansprüche an Griechenland haben. Variante 2, ich mache das steuerlich. Sie haben 10 Millionen, morgen nicht mehr. Morgen haben Sie nur noch 8. Habe ich Ihnen 20 Prozent weggenommen, die nehme ich in den Staatshaushalt. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Wie gesagt, 10 Billionen Gesamtvermögen, 2 Billionen Schulden, 20 Prozent, der Rest reicht Ihnen doch auch noch. Die Variante 3, und das ist die am liebsten genommen, am wahrscheinlichsten, weil sie nicht genau zuordnenbar ist. Das, was ich eben genannt habe, kann man jedem Politiker direkt auf die Nase binden. Du warst das. Am liebsten nimmt man deshalb die Inflation. Die entsteht einfach, die wabert so. Die kann man nicht greifen. Die passiert einfach und keiner kann was dazu. Man schwindelt einfach nur und sagt, es gibt gar keine. Und dann merken es viele vielleicht gar nicht. Wie würde ich mir das erzählen? Wie kann man damit die Probleme lösen? Machen wir ein einfaches Beispiel. Bleiben wir bei Ihnen. Sie waren ein dankbares Opfer. Nehmen wir an, jetzt drehen wir mal Ihre Vermögensverhältnisse um. Sie haben eine Million Euro Schulden. Sie haben gut gewirtschaftet, haben eine Million Euro Guthaben. Für Sie so manch schlaflose Nacht. Für Sie jeden Abend Party hier in Freiburg. Da lässt sich gut leben. Jetzt machen wir eine schöne starke Inflation. Ich übertreibe jetzt maßlos, nur mal um es plakativ zu zeigen. Ab morgen kostet ein Brötchen zwei Millionen Euro. Sie haben zwar immer noch eine Million Schulden, aber Ihr Schuldenberg ist durchaus tragbar geworden. Sie sind noch immer Millionär. Doch Ihr Lebensstil hat sich, glaube ich, deutlich geändert. Sie sehen, ich habe niemandem was... Ich habe jetzt nur noch zwei Plätze. Ein halbes. Das heißt, ich habe jetzt niemandem was weggenommen. Ich habe niemanden enteignet. Ich habe niemandem was gestrichen oder ihm was erlassen. Aber ich habe ihm ein Problem gelöst. Und genau das ist, was momentan versucht wird. Die Notenbanken international versuchen, Inflation zu erzeugen. Und zwar in aggressivster Variante diese Inflationierung zu schaffen, um damit die Probleme loszuwerden. Nur, ob das gelingt, da müssen wir jetzt genau unterscheiden. Ich weiß, das ist ein langes Statement. Vielleicht darf ich den Satz noch bringen, wenn es nicht zu sehr störend ist. Es ist extrem fraglich, ob es gelingt, diese Inflation zu erzeugen, die die Staaten bräuchten, um sich zu entschulden. Wir haben in Deutschland 2,2 Billionen Schulden. Die kriegen wir erstmal nicht weg. Die bleiben nominal stehen. Also müssen wir die Einnahmen, die dagegen stehen, über die Inflation hochziehen. Wachstum heißt nicht unbedingt reales Wachstum. Wir müssen nicht mehr Wasserflaschen verkaufen. Es reicht schon, wenn die einfach teurer sind. Das ist auch nominelles Wachstum. In Zahlen gerechnetes Wachstum. Das bedeutet, was der Staat braucht, sind höhere Mehrwertsteuer und Einkommensteuer, sind die wichtigen Punkte. Das heißt, wir brauchen höhere Löhne und Gehälter und höhere Preise an der Ladentheke. Aber beides muss zusammen funktionieren. Dann ist so eine Inflation für die Wirtschaft gar nicht so schlimm. Das schafft sogar Arbeitsplätze. Da boomst, da wird mehr eingekauft. Die Leute haben Gehaltserhöhungen. Die Gewerkschaften setzen höhere Löhne durch. Das ist gar nicht so die dramatische Auswirkung. Damit haben Spanien, Italien über viele Jahre ganz gute Erfahrungen gemacht. Viel dramatischer ist das, was jetzt passiert. Die Inflation findet nicht an der Ladentheke statt. Findet nicht bei den Löhnen und Gehältern statt. Die Inflation findet ausschließlich in den Finanzmärkten statt. Baut riesige Blasen bei bundesdeutschen Staatsanleihen auf, bei amerikanischen Staatsanleihen, bei den Aktien, den Edelmetallen, den Rohstoffen. Über diese Rohstoffe werden die Preise tatsächlich beim Produzenten teurer. Der muss diese hohen Preise an den Handel weitergeben. Der muss seine Preise erhöhen. Aber die Bürger haben nicht mehr Geld in der Tasche. Denn die Löhne werden nicht erhöht, die Renten werden nicht erhöht. Wir machen Sparpakete. Wir schmeißen in ganz Südeuropa die Leute raus, kürzen die Renten. Das heißt, in diese Entwicklung hinein erhöhen wir nicht die Löhne, die der Leute sein müsste, um diese Inflation zu erzeugen. Wir senken sie. Das heißt, wir schaffen zwar höhere Preise bei gleichzeitig ärmeren Bürgern. Das heißt, eine Verarmung der Gesellschaft findet statt. Eine Enteignung, eine Verarmung der Bürger, die müssen ihre letzten Reserven verkaufen und aufbrauchen. Über die sich die großen Jungs sehr freuen, die das jetzt zu Spottpreisen aufkaufen können, bevor dann am Ende das Geld enteignet wird. Die Inflation kommt, die sich dann Bahn bricht, wenn erst mal das, was wir jetzt als Stagflation sehen werden, nämlich stagnierende, schrumpfende Wirtschaft bei gleichzeitig ansteigenden Preisen. Das ist die größte Katastrophe für die Bevölkerung. Und auf diesem Weg sind wir leider gerade. Nehmen wir an, jetzt drehen wir mal Ihre Vermögensverhältnisse um. Sie haben eine Million Euro Schulden. Sie haben gut gewirtschaftet, haben eine Million Euro Guthaben. Für Sie so manch schlaflose Nacht, nur für Sie jeden Abend Party hier in Freiburg. Da lässt sich gut leben. Jetzt machen wir eine schöne, starke Inflation. Ich übertreibe jetzt maßlos, nur mal um es plakativ zu zeigen. Ab morgen kostet ein Brötchen zwei Millionen Euro. Sie haben zwar immer noch eine Million Schulden, aber Ihr Schuldenberg ist durchaus tragbar geworden. Sie sind noch immer Millionär, doch Ihr Lebensstil hat sich, glaube ich, deutlich geändert. Sie sehen, ich habe niemandem was weggenommen. Ich habe niemanden enteignet, ich habe niemandem was gestrichen oder ihm was erlassen, aber ich habe ihm ein Problem gelöst. Und genau das ist, was momentan versucht wird. Die Notenbanken international versuchen, Inflation zu erzeugen, und zwar in aggressivster Variante diese Inflationierung zu schaffen, um damit die Probleme loszuwerden. Nur, ob das gelingt, da müssen wir jetzt genau unterscheiden. Ich weiß, es ist ein langes Statement, vielleicht darf ich den Satz noch bringen, wenn es nicht zu sehr störend ist. Dieses Vermögens und die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat von diesem Geld nichts, weniger als ein Prozent. Aber die müssen trotzdem die Schulden und die müssen trotzdem die Zinsen für die anderen erwirtschaften. Warum? Weil es für Sie als Bürger überhaupt keine Rolle spielt, wo im System die Schulden liegen. Sie zahlen es immer. Ihre eigenen Schulden, genau, Ihre eigenen Schulden zahlen Sie natürlich. Ist klar, die Zinsen müssen Sie tragen. Die Schulden des Staates zahlen Sie über Ihre Steuern. Und die Schulden der Industrie, die zahlen Sie an der Ladentheke. Weil natürlich der, der diese Flasche Wasser hergestellt hat und dafür vielleicht Kredite aufgenommen hat, die Zinskosten aufs Produkt umrechnet. Also für Sie spielt es gar keine Rolle, wo im System die Schulden liegen. Sie zahlen es immer. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, Kreuz war es, der mal durchgerechnet hat und sagte, dass in den 50er Jahren, ich habe die Zahlen nicht verifiziert, wenn jemand andere hat, bitte korrigieren, aber das ist mein Kenntnisstand, dass in den 50er Jahren ein durchschnittlicher Haushalt etwa 10 Prozent seines Einkommens für die Zinslast im gesamten System aufgebracht hat. Heute sind wir jenseits der 40 Prozent. Das heißt, wirkt Bill? Also so sind die Zahlen von Kreuz. Also wie gesagt, ich nehme die einfach mal hin, weil ich Ihnen sehr schätze und glaube, dass er da sauber gerechnet hat. Also ich hatte nicht die Zeit, es durchzukalkulieren und ich weiß nicht, ob es überhaupt könnte. Von daher, ich nehme die Zahlen mal gerne an, solange sie keiner widerlegt und sagt, das ist Quatsch. Also diese Zinslast kann keiner mehr tragen. Das führt dazu, dass die Leute mit zwei Jobs rumlaufen müssen, um ihre Familie satt zu kriegen. Das führt dazu, dass der Staat immer mehr seine Leistungen kürzen muss. Wir haben kein Problem mit Schulden oder mit zu viel Geld. Nur das Verteilungsproblem ist da. Und da kommen wir an das Thema der Umverteilung. Ich kenne jetzt Ihre These im Detail noch nicht. Ich freue mich im Laufe des Abends darüber noch zu hören. Aber genau das ist der Punkt. Wir sind, und das meine ich eigentlich mit, es muss immer neu aufgesetzt werden. Das klingt so nach Reset, nach wir drücken jetzt den Knopf. So einfach ist es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt genau das Gegenteil machen von dem, was hier passiert ist. Wir müssen Schulden und Guthaben, zumindest einen deutlichen Teil davon, wieder neutralisieren gegeneinander. Und das gibt verschiedene Varianten. Das können Sie, und alle sind auf dem Tisch, das können Sie machen wie in Griechenland. Harten Schuldenschnitt. Griechenland sagt heute, wir schneiden heute einfach ein Stück der Schulden ab. Die vernichten wir. Und gleichzeitig habe ich genau die gleiche Menge an Guthaben vernichtet, bei denen die Ansprüche an Griechenland haben. Variante 2, ich mache das steuerlich. Sie haben 10 Millionen, morgen nicht mehr. Morgen haben Sie nur noch 8. Habe ich Ihnen 20 Prozent weggenommen, die nehme ich in den Staatshaushalt. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Wie gesagt, 10 Billionen Gesamtvermögen, 2 Billionen Schulden, 20 Prozent, der Rest reicht Ihnen doch auch noch. Die Variante 3, und das ist die am liebsten genommen, am wahrscheinlichsten, weil sie nicht genau zuordnbar ist. Das, was ich eben genannt habe, kann man jedem Politiker direkt auf die Nase binden. Und du warst das. Am liebsten nimmt man deshalb die Inflation, die entsteht einfach, die wabert so. Die kann man nicht greifen, die passiert einfach und keiner kann was dazu. Man schwindelt einfach nur und sagt, es gibt gar keine und dann merken es viele vielleicht gar nicht. Wie würde ich mir das erzählen? Wie kann man damit die Probleme lösen? Machen wir ein einfaches Beispiel. Bleiben wir bei Ihnen, Sie waren dankbares Opfer. Nehmen wir Nanosekunden. Das Hauptproblem aus meiner Sicht unseres Finanzsystems ist darin begründet, dass ich, wir haben kein Geldproblem, kein Schuldenproblem, wir haben ein Verteilungsproblem. All den Schulden auf der Welt, und da haben Sie vollkommen recht, die Schulden sind unbezahlbar geworden, die waren eh nie bezahlbar. Wer sagt, Schulden kann man zurückzahlen, das ist in unserem System nun mal nicht möglich. Wir haben ein Schuldgeldsystem, in dem Geld ausschließlich durch Kreditaufnahme entsteht. Das heißt, allen Schulden auf der Welt stehen genauso viele Guthaben gegenüber, eins zu eins wie im Spiegel. Das ist ausgeglichen, muss man sagen, ist doch alles prima, aber das Problem besteht in der Ungleichverteilung. Sie haben den Armutsbericht angesprochen, genau das ist es, das ist unser Problem, die Verteilung von Schulden und Guthaben. Wir haben in Deutschland 5 Billionen Geldvermögen der privaten Haushalte, über 10 Billionen Gesamtnettovermögen der privaten Haushalte. Da haben wir Immobilien und so weiter mit reingerechnet. Das ist eine Menge Zeug. Aber das Problem ist, dass das extrem ungleich verteilt ist. Die reichsten 10 Prozent besitzen mehr als 50, andere sagen über 70 Prozent.